In diesem Video gebe ich euch wichtige Informationen für die Planung von Kochfeldabzügen bzw. Muldenlüftern und bei dem Video wie immer viel Spaß. Herzliche Grüße von Gutzmann Küchen, denn Essen gut, alles gut und das kommt von Küche gut. Und wenn ihr gerade dabei seid, eine gute Küche zu planen und wollt in diese Küche einen Muldenlüfter, also ein Kochfeld mit integriertem Abzug, dann müsst ihr auf die ein oder anderen Dinge achten bzw. berücksichtigen. Welche das sind, fangen wir an mit dem Unterschrank, bevor wir dann ein paar Etagen höher kommen. Beim Unterschrank, klar, ihr müsst natürlich immer beachten, welche Schrankbreite oder Mindestschrankbreite gibt der Hersteller des Kochfeldes vor. Demzufolge sollte dann auch der Kochstellenschrank entsprechend breit sein. Apropos Kochstellenschrank, wenn ihr immer natürlich auch entsprechend das Gerät angebt, wird der Kochstellenschrank dann auch auf das Gerät vorbereitet. Denn, wie wir sehen, ihr an der Rückseite, ich an der Vorderseite, muss ja irgendwo die Lüftereinheit hin. Bei den meisten Geräten bzw. bei den Kompaktgeräten, wo der Lüfter direkt am Kochfeld integriert ist, braucht der natürlich im Schrank seinen Platz. Wie bei einer Haube oben drüber, da ist ja auch die Motoreinheit, die dann entsprechend ihren Platz braucht, entweder im Haubenkörper oder im Schacht. Hier natürlich dann das Ganze im Unterschrank. Also, demzufolge bedeutet das, dass die obere Schubkastenblende in der Regel wegfällt, also dass da nur eine Blende, kein Schubkasten. Die Blende könnt ihr natürlich dann auch noch benutzen, um eventuell Steckdosen einzubauen. Und ihr müsst natürlich auch beachten, wie soll die Luft denn geführt werden. A soll sie ungeführt werden, wie jetzt hier in unserem Beispiel, soll es eine geführte Umluft werden. Da bräuchten wir jetzt hier ein Kanalsystem, welches natürlich Platz bedarf. Oder soll es direkt eine Abluft werden. Auch da muss man ja auch wieder das ein oder andere beachten. Wenn wir uns jetzt das Ganze hier anschauen, in unserem Beispiel, mit unserem Modell, ist es ja so, dass die Lüftereinheit, also hier der komplette Kasten, ja schon bündig mit der Rückwand des Schrankes abschließt. Wenn wir jetzt hier eine geführte Umluft planen würden, würden wir hier auf der Rückseite des Schrankes dann nach unten in den Sockelbereich gehen. Und das bedeutet, dass wir hier dann eine entsprechend tiefere Arbeitsplatte benötigen. In dem Fall wäre das hier jetzt 70 Zentimeter, denn wir haben ja jetzt hier schon 60 Zentimeter aufliegen. Bedeutet, dass hier, wenn es wandgebunden wäre, von der Wand weg muss. Bei einer Insel muss natürlich dann entsprechend Platz zum nächsten Schrank gelassen werden. Ja, es gibt natürlich auch Systeme, Kompaktsysteme, die die Lüftereinheit nicht direkt flächig unter dem Kochfeld sitzen haben, sondern wo im hinteren Bereich des Kochfeldes dann die Lüftereinheit einfach nach unten geht. In dem Falle habt ihr natürlich den Schubkasten wieder zur Verfügung, aber Schubkasten und alle Auszüge im Schrank werden dann in der Tiefe gekürzt, um halt den Platz zu schaffen für diese Systeme. Ja, fassen wir an dieser Stelle nochmal zusammen. Also zum einen brauchen wir einen entsprechend breiten Schrank, je nach System, was wir haben. Und wir brauchen dann in diesem Schrank und eventuell hinter diesem Schrank dann entsprechend den Platz, den wir für unser Wunschsystem benötigen. Das ist ja an sich eine, sag ich mal in Anführungsstrichen, logische Geschichte. Die andere ist natürlich auch logisch, die jetzt kommt, aber die wird von den meisten nicht in dem Maße berücksichtigt. Denn wenn ihr jetzt die Einbausituation habt, in der Insel ist das ja alles ganz easy, ist ja auch ausreichend Luft um die Insel, die hier von der Luftströmung halt angesaugt werden kann. Wenn ihr das Ganze jetzt natürlich in einer Küchenzeile plant, also sprich, wir sind wandgebunden, haben eventuell noch einen Hochschrank, haben Hängeschränke, dann wird das Ganze spannend. Denn die Geräte brauchen wirklich einen Mindestraum, um hier wirklich voll funktionsfähig zu sein. BORA ist hier der Marktführer oder der Hersteller oder das System, was am wenigsten Raum benötigt. Aber auch hier muss darauf geachtet werden, dass nach links und nach rechts mindestens 30 cm Luft sind, also bevor man in den Aufsatzschrank oder in den Hochschrank kommt. Und zu den Hängeschränken muss auch nochmal mindestens 48 cm Platz sein. Wenn wir mit anderen Systemen arbeiten, brauchen wir mehr Freiraum. Aus diesem Grund wird dann auch oftmals der Hängeschrank gekürzt. Man hat einen Höhenversatz drin oder man plant generell die Hängeschränke höher und dafür ein bisschen schmaler. Da gibt es verschiedene Lösungen und es muss dementsprechend auch der Hochschrank oder der Aufsatzschrank weit weg sein. Auch hier, wie gesagt, haben wir auch schon das eine oder andere praktische Beispiel, wo dann die Lüfter nicht richtig, nicht vollumfänglich funktioniert haben. Und mit einem entsprechenden passenden System hat das Ganze natürlich dann auch wieder in dieser Planung funktioniert. Ja, wenn wir jetzt natürlich die Hängeschränke oben drüber haben, haben wir ja auch in dem einen oder anderen Test gesehen, dass nicht der komplette Phrasen immer eingesaugt wird, sondern dass es halt Situationen gibt, wo der Phrasen auch nach oben aufsteigen kann. Und wenn da dann Hängeschränke sind, muss dafür gesorgt werden, dass diese Hängeschränke entsprechend geschützt werden. Oder ihr nach eurem Kochen oder wenn ihr intensiv kocht, während des Kochens die Hängeschränke dann einfach von der Feuchtigkeit befreit. Denn ja, die Stöße, die Fugen, die verleimt sind, der Leim, der ist wasserfest, aber halt eben nicht wasserdicht. Dort ist halt immer wichtig, die Staunässe zu vermeiden. Wenn da mal kurz Feuchtigkeit drankommt, passiert nichts, aber es darf halt eben keine Feuchtigkeit stehen. Aus dem Grund ist es wichtig, dass ihr euer Kochverhalten prüft, überlegt, was wollen wir machen, wie sind wir am Kochfeld unterwegs und ist dann der Muldenlüfter in dem Falle das richtige System für uns oder ist eine Haube oben drüber für uns dann die bessere Lösung, weil wir zum Beispiel viel mit hohen Töpfen arbeiten, weil wir viel ohne Deckel arbeiten. Also das müsst ihr halt für euch dann entsprechend sondieren und dann die Entscheidung treffen. Denn nicht immer ist der Muldenlüfter an der Stelle die beste Entscheidung, sondern da macht dann eine Haube oben drüber deutlich mehr Sinn. Das nochmal abgerundet zu dem Thema Planungshinweise, denn das wird immer gerne unterschätzt, der Raum, der Luftraum, der den entsprechenden Lüfter zur Verfügung stehen muss. Ja, euch an der Stelle viel Spaß bei eurer Kaufentscheidung und für weiter inspirierende Videos gerne die Links nutzen. Unseren Kanal könnt ihr kostenfrei abonnieren und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert. Ciao, tschüss, euer Robert.